Ich mache mir noch ein paar Notizen über die Folge, die du nicht fertig geschaut hast. Das war alles total doof. Alles Liebe, deine Konzitra. Konzitra klingt wie Zitrönen. Ne? Das ist mir gestern eingefallen. Ne, heute. Ja, weil ich mit der Kevin immer wieder schreiben wollte, dass die Konzitra sich noch weiter verspätet und das wird doch... Sorry. Nein, alles gut. Ja, Baby. Aber ich habe es bis zu Tina Börner... Baby, Baby. Ich habe bis zu Tina Börner geschafft. Das ist ja eigentlich gar nicht so mies, oder? Ja, also wenn du es über Tina Börner hinaus geschafft hättest, wäre ich beeindruckt gewesen. Ach, ja, Jutika und Olivia fehlen mir noch. Ach, you didn't miss anything. But you will tell me. You will let me know. You didn't miss anything. That's the worst. Ach, ja, ich weiß. Ich habe es zweimal versucht anzuschauen. Ich habe dir eh geschrieben. Ich habe es zweimal geguckt. Komplett. Nein, warum? Naja, das erste Mal habe ich es geguckt, weil ich dachte, es kommt noch was. Und dann habe ich aber nicht mitgeschrieben, weißt du, ja? Das erste Mal gucke ich ja nur so. Und das zweite Mal ist dann meine Notizen... Da mache ich die Notizen und so. Und ich dachte halt immer noch, vielleicht ist irgendwas drin. Vielleicht ist da noch was, worüber man reden muss. Und ich war sehr viel an meinem Handy natürlich, aber ich habe auch... Ja. ...habe an mir rumgespielt. Nein, das habe ich später gemacht. Oh, cheers, warte Nein Sie heute, was ist das? Bier Sie heute mit dem Bier Cheers Mit Drehverschluss Ist ja verrückt, was ihr habt Dreh und trink Das ist okay, cheers Liebe zuhörende Personen Es ist wieder Sonntag 11.20 Uhr Nein, so not Ich hab dich heute echt nach hinten verschoben Eigentlich wollten wir ja eine Drag-Folge machen heute Ja Also wir in Drag Aber du hast dir das angeschaut Und hast gesagt, nein Dafür male ich mich nicht an Ja Das Ding ist ja Wenn man Reunions kennt von früher Dann war das ja eigentlich spannender als das Finale Also wenn es eine gute Season war Dann war die Reunion echt geil Und man hat viel Spaß gehabt Und Finale war dann halt nur noch irgendwie erfahren, wer gewinnt Ja Und deswegen haben wir gedacht, wir transen uns dafür auf Aber es war halt echt Also ich habe dich zitiert Und habe dafür 785 Likes bekommen Bei Fuck Your Drag auf dem Instagram-Account Äh, ich habe nur geschrieben Äh, ich habe nur geschrieben Äh, this, äh, this reunion Schüttel für ein E-Mail 785 Likes Ich liebe dich Baby Baby I have new followers Baby Baby Ich liebe es ja, dass wir die Infos bekommen Dass irgendwie die Jungs on set Auch welchen Sets auch immer Irgendwie uns zitieren Und dann nur die, die Gay-Agenda irgendwie Der Sven Mein Freund Sven hat gesagt Er hat beim, im Tanzstudio Hat er, äh, irgendwas mit Sir gesagt Also hat angefangen so zu reden, wie wir reden Genau Und alle haben ihn verständnislos angeschaut Bis auf einen Gay-Tanzer Er hat ihn angeschaut Und so, ah, ich weiß, warum du das sagst Ich liebe es We are, we are happening I love the it Ja, same Ja, Baby 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 Why am I doing this? Können wir gleich mit Rosé anfangen Diese 69 Questions So phony Und ihre Haare Die haben mich nicht gestört Der aufgeföhnte Iro Der damals schon Was it? Leider Ja, ja, ist schlimm Vor allem vor hinten Du warst so keck und frech Friseursalon Sabine Keck und frech Business in the front And party in the back Yay Das war die Das war die Frisur Ja Ich überlege, ob man das irgendwie erklären muss Wie das aufgezogen ist Also wir sehen Eigentlich sehen wir Wie war es denn Also man sieht Die Queens werden einzeln zugeschaltet Von zu Hause aus per Zoom Zu einem Rue Der in einem Theater steht In einem blöden Anzug Und so tut Als würde er mit denen interagieren Das ist aber offensichtlich Dass die Reaktion Die sie von ihm gefilmt haben Gar nichts mit den Videos zu tun hat Einmal sagt er gorgeous Einmal sagt er Put your children in dance class Er bezieht sich null auf das Was passiert So, you know Ich kann dir genau sagen Wie das abläuft Die Rue kommt zum Set Der Telepropter rennt So Im fünften Gang Die Rue liest es aber Danke Pause Jetzt noch einmal Gottes Danke haben wir Next Ja genau Just in case Just in case Do it 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 So läuft das dann Und das wird dann verschnitten Mit den echt Boring Interviews von zu Hause Per Zoom Und also all das Worauf wir gehofft haben Alles was normalerweise Bei so Reunions stattfindet Dass der Beef Halt nochmal aufgerollt wird Und eben aber auch Gelöst wird oft Dass Rassismusvorwürfe Adressiert werden können Dass man sich gegenseitig Sagen kann Was scheiße war Als man es geguckt hat Und so All die Sachen Die dann eben Die sie uns auch irgendwie Schulden Finde ich immer So Die sind halt weggefallen Die waren halt einfach Die haben von zu Hause Aus einen Monolog aufgeführt Rue wurde dazwischen geschnitten Dann haben sie jeder Ein selbst gedrehtes Video gezeigt Was auch echt Für die Füße war Und Das war wie so ein Recap Countdown to the crown Blah Ja es war genau Es war boring 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 Und Und ja Also wie gesagt Ich hab's eh noch Bis zu Tina Börner geschafft Ich hätte sehr interessiert Was Tina für ein Video gemacht hat Das hab ich noch nicht geschafft Das war ganz schlimm Ja das glaub ich eh Well she didn't look good First of all Wie fandst du den Look von ihr Also den Zoom Look Ich mochte die Haare Irgendwie in den letzten Folgen So etabliert Oder mittlerweile Baby 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 Ich hab das heute zu meiner Katze gesagt Oscar geh runter jetzt Oscar geh runter Nee das war Putzi Meine Putzfrau war hier Und wir haben uns in der Küche unterhalten Irgendwie über Über was man halt so mit seiner Putzfrau redet Wir haben über Queeren Hass in Brandenburg geredet Und Und die Katze hat mir so dazwischen gestreht Und ich irgendwie so Baby Jetzt sei doch mal ruhig I hate it I love it And I hate it Vor allem wenn Rosé es sagt Hat es noch so ein extra Schleim dabei Ja Schmolzig Schmolzig Ich weiß auch nicht was passiert ist Rosé für einen Moment She was happening for me Ich trinke heute Rosé Für ihre Bestattung Baby Diese 69 Questions Das war ja angelegt Also alle Die vier Finalists Arriven dann Und werden schwarz-weiß gefilmt Wir sind in dieses Theater reinlaufen Und ein Reporter hinter der Kamera Stellt ihnen dann 69 Questions Haha 100 Questions von Vogue Kennen wir Das mögen wir irgendwie auch Oder sind es 99 bei Vogue? 74 oder so Irgendwie 70 70 something Alright So now 69 Und da war echt nur Gottmik spontan Alle anderen waren Also Am schlimmsten auswendig gelernt war Rosé Ja Rosé war schlimm Und Gottmik war halt irgendwie spontan und cute Fand ich Simon Jein Ich finde Ich finde Ich finde Mick war halt ein bisschen platt In seinen Antworten Weil Simone war zumindest bei der letzten Why do you enjoy being Oder whatever What the question What does drag me into you Whatever Das war für mich irgendwie so die Die ungekünstelste Die ungekünstelste Antwort Oder? Also als Einzelantwort vielleicht Aber ich fand Genau Die anderen Sachen Die sie gesagt hat Dann so Oh have you seen her Honey She was everything Wo ich so dachte Boah Nee Das ist jetzt Simone spielt Simone Weißt du Stimmt Simone spielt Simone That was very bad Ja Wir haben uns am eh durch eigentlich Ja es ist nicht so viel Zeit dazu zu sagen Lance Bass war kurz da Also von NSYNC Der hat bei Joey J irgendwie Kurz vorbeigeschaut Da werden wir kurz geteased Ob tatsächlich zwischen Zwischen Candy und Joey Was stattgefunden hat oder nicht Joey J Und das glaube ich ihm Sagt als er das gesehen hat Dass Candy Muse eben In dem In dem Interview dann gesagt hat Nach der Folge Dass sie Feminine Boys liebt Und so Dass das für ihn so ein Opening Moment war Dass er irgendwie zum ersten Mal gerafft hat Oh ich muss gar nicht Butch tun Sondern Leute finden mich geil Wenn ich Fan bin Und das hat Da hat er Butterflies im Stummel gehabt Das glaube ich ihm auch Wir erfahren Dass Tamisha Candy aufs Maul gehauen hätte Wenn keine Kameras dabei gewesen wären Das war auch eine Aussage Oder Wow Das war auch eine Aussage Ja Tamisha hatte heiße Tänzer Der mit den langen Haaren Jesus Ich bin auch Tamisha Ich muss auch echt sagen Dass Tamishas Song Schon ziemlich cute war Ein guter Bitchtrack War ein guter Bitch War ein guter Bitch Ja War ein Bitchtrack Oder Fann ich auch Lala war Die hat auch einen Original Song gemacht Bei Lala fand ich es lustig Weil die hat ja offensichtlich Beyoncé's Look von den Grammys kopiert Oder Try to Get Got inspired by Ja Nice try for that Und The first The first golden boot Of RuPaul's RuPaul's Drag Race history We got Got Throne out Ja Sie hat den Also wer das nicht kennt Es gibt Die Fashion Photo Review Von Raven und Raja Im Original Und die Tuten und Buten Eben immer die Looks Von From Savranwee Und Buten heißt Das ist schlimm Ja und sie hat den golden boot Bekommen Für ihren scheiß Papiertüten look Because it was that bad Ich hab gesehen Das Alaska hat irgendwie Eine Performance gemacht Bei Mit The greatest love of all Glaub ich Und beim Höhepunkt Werden ihr Tüten An den Bodysuit Geheftet Also so The greatest love of all Is happening To me Das war sehr lustig Anzusehen We love Lasky Ja Lasky Lasky Die hat auch einen Bottlecast oder Mit Die tausend Ja Drag Chaser Mit Willem zusammen Ja Die sind wahrscheinlich Sehr detailverliebt Ja aber Also man kann halt Immer ganz Spannende Sachen auch lernen Also ich hab einfach Viel zu wenig Zeit Um andere Podcasts zu hören Weil ich so viel selber Produziere Aber Da kann man Also Willem packt halt Gerne mal aus Und er plaudert so ein bisschen Aus der Schule auch Über Ru Und über die alten Zeiten Und wie es wirklich war Wie Height the Scenes Und so Die ist ja so Die ist ja so eine Whistleblowerin Was ich ja liebe Deswegen lohnt sich das Kennt die Ru Schon ewig lang Ja Na die hat halt Vor allem nichts zu verlieren Bei der ist Dadurch dass die Rausgeschmissen worden ist Und die Wie bei Courtney Stabile Einnahmequellen hat Ähm Ist die nicht drauf angewiesen Ist es klar Dass die Allstars Nicht machen wird Und so Die ist nicht drauf angewiesen In Ru's Good Graces Zu bleiben Und die erzählt dann halt Wie es ist So Ja Alle anderen haben ja Öfter mal auch Probleme Mit dem Vertrag Hast du die Sachen Mit dem Vertrag mitbekommen Nein Ähm Tamisha ist da Involviert auch Die hat Videos gemacht dazu Und hat gesagt Äh Wenn sie darüber reden könnte Sie kann aber noch nicht Weil Knebelvertrag Aber sobald der Vertrag ausläuft Dann äh Guten Abend Ähm Ja ja Äh Diese Bussy Queen Ich packe das in die Shownotes Die mag ich ja nicht so wahnsinnig gerne Die ist ja auf YouTube Kennst du die? Nein Die macht immer hot or not So eine sehr hysterische kleine Tunte Und die befasst sich auch viel mit Drag Race Die hat so ein So ein Trash Channel eigentlich So ein Gossip Channel Und die hat die Hände Ihre Hände an den Season 8 Vertrag glaube ich bekommen Nein Und auch wohl an einen neuen Und hat die verglichen Und es sind halt ganz Also da stehen Du weißt ja wie TV Verträge sind Die sichern sich schon immer für alles ab Vorausschauend Aber das ist schon krass Also theoretisch verpflichten die sich Für die nächsten 24 Jahre Für irgendwelche Staffeln zur Verfügung zu stehen Zur gleichen Gage Nämlich null Und so Nein das geht nicht Das geht nicht Craziness Das geht nicht Wow So Aber ich Du Ich hab dann auch gedacht Ich mein das sind amerikanische TV Verträge Ich weiß nicht wie viel Härter die sind als irgendwo anders I don't know Ja Naja 24 Jahre Das ist schon Theoretisch Also es ist wenn man Wenn man an jedes Season An der man teilnimmt Nochmal die Vier Jahre Zeit Blockt Die man dann nach jeder Season Nochmal Zeit hat Also die Die TV Produktion Nochmal Zeit hat Dich Wieder einzubinden Für eine neue Season Also theoretisch würden sie Wenn sie das so machen würden Das macht natürlich keiner Also du kommst ja So viel Spin-offs gibt's ja gar nicht Es ist halt nur die Rein rechtlich Wäre die Möglichkeit Wenn sie es ausreizen wollen Würden Krass But that's not happening Aber das ist eh Also das ist eh Auch ein interessanter Aspekt It's getting more Professionally If you wanna call it like that Aber es wird ja auch Das haben wir ja das letzte Mal angeschnitten Ähm Gott ich muss jetzt ständig An dieses Bartschatten Bingo denken Und immer wenn ich Immer wenn ich irgendwas sage Denk ich könnte Was schon wieder wegstreichen Ähm Also dafür haben wir Das letzte Mal schon Das Drag Race Expanded Like crazy So it's all over the world now Ja I mean good for all The people who get Money out of it Congratulations Ähm Glaubst du Weil momentan Wirkt es ja nicht so Dass das irgendwie schaden würde Im Gegenteil Ich finde ja mit Drag Race UK Diese zweiten Staffel Finde ich ist UK eigentlich Viel mehr am Schirm Als es das vorher war Voll Ähm Ich glaube nicht Dass das schadet Ich glaube es ist Ähm Also ich mein How exciting Wäre das gewesen Wäre das wirklich in Deutschland Passiert So Ja Ähm Ich bin halt Ich bin kein großer Fan von Holland und Kanada bisher gewesen Weil ich einfach Die Das Judges Panel Beide Male Extrem problematisch fand Das war mir einfach überhaupt nichts Okay Ich bin gespannt auf Spanien Spanien ist ja Da ist Drag ja auch stark und groß Ja Und ähm Das könnte Könnte auch sehr unterhaltsam werden Und lustig Ähm Ich glaube nicht Dass es das verwässert Ich glaube das ist Äh Eine schöne Erweiterung I want more More Und dann vernetzen Und dann European Allstars Und World Allstars Und Winner Allstars Und 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 The best Drag queenses in the world Verstehst du The best Drag queen Gehostet von Badschaft Ever Genau Gehostet von Concitra Concitra Wusch Und Bärbel Bärbelbrechreiz Guten Abend Das wird wieder Eurovision Da wird dann jedes Land so eine Commenting Booth kriegen Und wir sitzen halt dann in der Booth für Den deutschsprachigen Raum Ja Spitzendeutsch Kneo Ja Was Keine Keine Kleine Keine Schweizerdeutsch Ach Gott Nicht Nasenhaare rausreißen Na was soll ich denn sonst machen Ja weiß ich auch nicht Die Melli macht ja immer so Gas rein Und dann zündet sie es an Hast du es mal gesehen Habe ich das erste Mal auf dem Mikronaus gesehen Ich habe gedacht Die Spinne Steht sich vor dem Spiegel Und macht so Gas rein Und dann flammt es einmal kurz auf Und dann ist es weg Ja Die Alte hat einen Schuss It really is that Wow Wusstest du dass die Jutika vom Blitz getroffen worden ist Nein Das hast du Ach nee da hast du schon nicht mehr zugeschaut Nein da habe ich schon nicht mehr zugeschaut Jutika hat unsere Runway erzählt mal Das haben sie uns vorher nicht gezeigt Dass sie vom Blitz getroffen worden war Das erklärt so viel Ich wollte den Satz jetzt echt aussparn Ich habe auf die Zuge gebissen Hat sie uns erzählt wie sich das anfühlt Sie hat erzählt Es wurden ein paar Meter hoch geflogen Wow Und das ist halt sehr viel Energie wahr So Es ist also viel Energie Ja Sie hat sich gespürt Das erste Mal in ihrem Leben Vielleicht kommt daher der Jesus an Ich weiß es nicht Sie hatte eine Eine Erfahrung Sie verstehen Eine außerkörperliche Ja we don't know We don't know Die hat übrigens ein ganz cooles Video gemacht Jutika Die hatte so ein So ein Original Video Also die Halsey war der Von Halsey war der Song Und sie war irgendwie vor so einer Wand Und hatte das Wie so Gummi Twist mäßig Kennst du das in der Schule Mit diesen Fäden da so Ihr hattet wahrscheinlich nur Pokémons Bei uns musste man noch mit Fäden spielen In der Pause Gab es das Gummihupfen Nee nicht das Hüpfen Sondern das mit der Hand Ja das kenne ich auch Achso Aber da kenne ich nur so Wie oft Genau Und das war aber halt Der ganze Raum war damit voll Also es war quasi so ein Wie so ein Spinnennetz In dem sie halt in der Mitte stand Und sie hat dann Ist ganz close am Anfang Und dann zieht die Kamera so raus Und dann zückt sie so zwei Scheren Und fängt an sich da so rauszuschneiden Und das Licht wechselt im Hintergrund Ganz dramatisch Das ist eigentlich das Finde ich das coolste Video Jetzt vom Video her gewesen Allerdings war sie nicht so Lipsingssicher Aber wenn du halt einmal angefangen hast Dieses ganze Zimmer auseinanderzuschneiden Kannst ja nicht mehr aufhören Vor allem du kannst es Also du kannst theoretisch Schon einen zweiten Take machen Nur dann musst du vorher Das alles wieder aufspannen Alles wieder zuknoten Genau Also ja Not gonna happen Das war ein bisschen schade Aber ansonsten war das glaube ich Mein Favorite Ding Okay I will rewatch it Ja aber du kannst zum Ende hin skippen Es gibt da noch ein Lip Sync Smackdown Sie haben zwei Lip Sync Assassins Der Season hat Ru bestimmt Die dann gegeneinander antreten Wer glaubst du Und die haben dann irgendwie In so einem Zoom Call Haben sie sich fertig gemacht Genau Wie früher das Finale war Letztes Jahr Okay Ich glaube Denali Ja Und Weil das haben wir ja schon so ein bisschen geteased bekommen Wahrscheinlich Lala Genau Na bitte Die beiden Da habe ich doch aufgepasst Ja Die Denali gewinnt das Auch zu Recht natürlich Ah die gewinnt das jetzt Ja ja Die hat dann da gelipstinkt Ich weiß gar nicht mehr zu was das war Ähm Es ist halt Not very exciting Wenn die beide Die eine steht glaube ich In der Bowling Alli bei sich zu Hause Und die andere halt in irgendeiner Bar Und lip synchen dann da irgendwie Alleine auf der Stelle rum Ja Mit so Flurlicht an Also es ist nicht Sad A little Ja S-A-D Ja bei mir steht auch ganz groß Over it Mit drei Ausrufezeichen Ich habe das Video von Denali gesehen Und ich denke mal Ich meine I'm super happy for her That you can ice skate Und es ist sicher hard And whatever But it's not First of all I've seen it now Fifteen times Und dann denke ich mir Es ist so eine Eishalle Halt auch nicht sehr dekorativ Also I get it If you can do it On the lake Very impressive Aber in der Eishalle Pff Gerade nicht Dass die Meckis Werbung nur rennt Ich finde es ist das Also die Eishalle an sich Aber es ist halt auch Wahnsinnig hell Es hat halt überhaupt Keinen Glamour Es ist alles mit diesem Schmutzigen Weiß Denn diese Ränge da Also ich meine Wenn es wenigstens dunkel gewesen wäre Und sie hat ein Spotlight gehabt Oder so Dann maybe Aber so war es halt Baby Es war einfach nicht schön Mit der Fetzen wieder Und ihre Haare Ja Ich glaube Ihr Make-up war A little bit more blended This time Because she took The advice I would say But the hair needed to be bigger Das war irgendwie zu klein Und dann diese komischen Sie schnürt sich halt nicht Was ja auch okay ist Muss sie ja nicht Aber dann sind halt Diese kleinen Skimpy Dinger Die sie dann trägt Die auch kein Volumen haben Irgendwo Es formt halt gar nicht Die sieht halt aus Wie so eine Litfaßsäule Auf Kufen Ja wie die Camorra Aus Baum Das war auch so geil Oder wie sie glaubt hat TG Levers Hier Oh Gott Ja I'm rooting For you Us Oder so Oh Gott Oder Ja Naja Na man merkt Man merkt Man merkt Wir sind nicht very excited Ich wollte es gerade sagen Liebe Leute Ihr merkt Das wird eine kurze Folge Weil It's all just That boring Eine Sache muss ich noch sagen Ich hatte recht Theoretisch Dass es seit Staffel 9 Immer eine Top 4 ist Letztes Jahr war es nur eine Top 3 Weil Sherry Pie Disqualifiziert worden ist Direkt vorm Finale Sonst wäre es ja auch Eine Top 4 gewesen Ich dumme Kuh Hatte das nicht mehr auf dem Zettel Ja Aber es sind jetzt eigentlich Immer Top 4s Tops of 4s Ja Macht sich Macht sich wahrscheinlich auch gut Ja weil sie halt Dieses Lip-Sync-Smackdown-Ding Jetzt machen Und dann brauchst du ja immer Swipe-Boy Ja Ja Na sonst wird's nix Naja aber wenigstens Was schön ist Zu sehen Dass wir ein Finale bekommen Das zumindest ausschaut Wie ein Finale Und dass wir ausschauen Wie beim Finale Naja wir Schauen sowieso aus Ja Oskar geh mal runter Ich hab's gesagt Ich weiß Yay Trinkspiel Cheers Hey 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 Nein Okay weg Tschüss Ähm Genau Genau wir fahren uns Aufs Finale Wir machen eine Wir machen eine Video-Folge Yes Na bitte Wir haben zwei Video-Folgen Haben wir dann geschafft Ich meine wir haben die Die sind noch nicht gedreht Wir wollen den Tag Nicht vor dem Abend loben Aber Was hatten wir Was hatten wir am Plan Alle fünf Folgen Wollten wir eigentlich Ja Aber So super Ne Der Schnitt ist okay Du Welcher Schnitt Naja von wie viel hätten es sein sollen Und wie viel sind es Ich bin heute dick und doof In Personalunion Ich hab keine Ahnung Wie viele Folgen waren es denn eigentlich 16 15 16 Also jetzt haben wir 15 Das ist glaube ich Folge 16 Und dann haben wir noch eine Ja Also sagen wir wir hätten Drei bis vier Also Video Ja Und es gibt halt zwei Und es gibt zwei Das ist doch vollkommen okay Ja Oder Ja voll Voll Und dann freut es euch Aufs nächste Mal Weil die Haar sind schon frisiert Sind deine Haare auch schon frisiert Also Es sind mehrere Haare bestellt Eine ist schon da Die gefällt mir auch noch nicht Äh Und die andere Also es ist ein Look Den ich schon mal getragen habe nur kommen dann noch mehr andere Haare obendrauf und es wird ein bisschen schöner frisiert, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen ist es der Lavendel, die Lavendelknitterhaar, das Lavendelknitterhaar, das ich auf den letzten, auf meinem letzten Insta-Post hatte. Ja, das passt ja extrem. Oder vorletzt. Yes. Ja, Lavendel is your thing, ne? Du, ich liebe alles, was pastellig ist. Wenn du hier hochguckst, an meinem Regal da oben stehen ja alle, oder stehen ein paar meiner frisierten Perücken und das sieht aus wie ein Ice-Cream-Story. Das ist also wirklich von, vergiss mein nicht blau, baby pink, so ein Creamsicle grün, leichtes Türkis, steht da oben alles. Man, Vanille. Vanille würde ich auch nicht... So gelb. Ich habe noch so eine Marcos Wicks, die ist so ein Vanilleblond, die steht gerade links. Die mit den Rollen aus der Diva, die mit dem dicken Pony. Ah. Hast du Miss Fame gesehen bei Germany's Next Topmodel? Nein, ich habe nur online gesehen. Ich auch. Achso, ja, das habe ich gesehen, dass sie war, aber ich habe das Video nicht angeschaut oder so. Achso, na, es gibt, ich habe, sie hat das gepostet, das sind glaube ich so zehn Minuten, wo sie halt mit den Mädels arbeitet und denen irgendwie Tipps gibt. Und das war sehr profound. Also die hat sich wirklich Mühe gegeben, ohne den Mädels böse Sachen sagen zu müssen, ohne die verletzen zu müssen, denen trotzdem wirklich gute Kritiken zu geben, mit denen sie arbeiten konnten. Das war ganz toll. Ich war ganz begeistert. Und sie sah natürlich wie immer rasend aus. Ja, ja. Frechheit eigentlich. Wirklich. Ja, Miss Fame ist krass. Also auch, wenn man sich anschaut, wo sich die rausentwickelt hat. Ja. Ich fand es so geil, ich glaube Katja war, dass sie gesagt hat, dass Miss Fame war halt immer schon am Level von RuPaul, als sie selbst irgendwie Contestant war. Und selbst gemacht, ne? Selbst gemacht. Different. Und mit welchen Leuten die gearbeitet hat und welche Jobs die gemacht hat, das ist schon auch very impressive. Und da finde ich schon, also die kann, die ist absolut berechtigt, da irgendwie Jungmodels da Tipps zu geben. For sure. Und die hat halt auch, also was ich bei ihr mag, die hat halt auch eine Kindness an sich, die ist lieb zu Leuten. Ich bin ihr ein paar Mal begegnet, immer beim Liveball, glaube ich. Und da war sie halt, also eine Weile zum Beispiel, hat mich für Marsch nicht angeschaut und hat immer die Augen gerollt, wenn sie mit mir reden muss. Wirklich? Ja, furchtbar. Na, mit dir redet die, die weiß, wer du bist. Bei mir war es halt immer so, ach, was will die? Sorry, wer jetzt? Die Fame? Die Violet. Ach so, die Violet. Violet. Die war halt immer otzig zu mir. Und Fame, immer wenn sie mir vorbeigelaufen ist, irgendein Kompliment, hat sich mein Make-up angeschaut. Also es ist auch so ungefragt, ne? Aber ich bin ja auch so, dass man dann so ungefragt Sachen kritisiert, aber also im positiven Sinne, dass sie dann sagt, ich mag sehr das Smoky Eye, wie du da das von ganz Dunkel über Lieder und so, I like the drama of it. Und dann geht sie halt so weiter. Also ja, sie fühlt sich bemüßig zu kommentieren, aber ich mag das. Und sie hat also eine Keindnis, die sie mit sich rumträgt. Das mochte ich gern. Ja. Die war nicht scheiße. Ne, die ist sehr, also bei Miss Fame und mir, glaube ich, hatten wir im Vorfeld uns gedacht, wir haben so ein bisschen bessere Vibe going on, als die Action-Level. Nein. I mean, es ist nicht, dass wir uns überhaupt, also ich finde die großartig und sie war zuckersüß und ich auch und das war wahrscheinlich auch stressig einfach, aber wir haben uns nur kurz begrüßt und irgendwie das war es dann auch. Das heißt ja, manchmal checkt man sich ja dann nachher noch zusammen via DMs oder was auch immer so will. So Detox oder so. Genau, that did not happen. Aber Gott, Detox ist halt so geil. I love, 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 love. Love, 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 love. Detox is amazing. Wer ist denn deine, wer war dein Favorite-Rugel, das du getroffen hast und who was your least favorite? Also ich meine, Courtney for some obvious reasons, weil die, die History ist jetzt echt schon irgendwie lang und wir haben oft zusammengearbeitet und Dings. Ich habe Katja geliebt, war out of drag damals im Volksgarten. Das war echt auch very cute. Mit Violet hatte ich auch eine gute Zeit. Aber da war ich schon ziemlich betrunken. Weiß nicht genau, wie das bei ihr ankam. Du, das Ding mit Violet ist halt, if she knows who you are, glaube ich, dann ist es easy. Also ich weiß, dass sie halt auch mit anderen Leuten, mit Sheila Wolf zum Beispiel, da war halt klar irgendwie, also A sieht Sheila halt auch rasend aus und die hatten Namen in der Burlesque-Szene und die wusste auch, die kann mich buchen. Und da war sie halt sofort so, hi, gorgeous, lovely. Aber die ist halt, die ist halt wie so ein Mean Girl an der Highschool. Wenn du halt nicht hundertprozentig, also ich bin natürlich nicht dünn genug für ihre Standards. So, ich trage nicht, die Sachen sind nicht teuer genug und Namen nicht dick genug und dann war es halt irgendwie gleich so, ach. Und ich habe sie in Berghain getroffen und habe ihr, also oben in der Panorama war und habe ihr Komplimente gemacht über ihren Auftritt vorher und habe gesagt, dass das ganz toll war, dass ich super beeindruckt war von ihrem Aerial-Act. Ich wusste ja gar nicht, dass sie so Aerial-Sachen macht, so in der Luft an so einem Ring und dass ich es schade fand, dass ich sie nicht öfter gesehen habe an dem Abend, dass sie nur die eine Nummer hatte. Und sie hat immer nur so die Augen gerollt und dann sage ich, Schätzchen, du musst nicht mit mir reden, wenn du nicht willst. Und sie sagt, oh, thank God. Und geht weg. Ja, that level of rudeness. Ja, that was amazing. Jinx war toll, Jinx hatte wilde Haare, nur verschmiertes Make-up unter den Augen, also out of drag. Aber saß an der Panorama-Bar und hat mit sich selbst geredet und da war immer so Sachen in sich reingeschüttet und gequalmt, da war sie noch nicht sauber mit Alkohol. Und die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, die Einzige, die auch an sie ran durfte, war Courtney. Und Courtney ist dann irgendwie immer so kurz hin, und so, ja, ach nee, what the door? Ist alles gut? Und dann hat sie so, und so, es sah aus wie so ein Conspiracy-Theorist, die Augen so ganz weit aufgerissen, die Haare wild am Kopf und dann sind die beiden wieder so weg. Und so, ja, ja, no, no, she's fine, she's fine, she's just, she has a special night tonight. She has a special night. I love. That was fun. Ja, mit Jinxie hatte ich nur online irgendwie Kontakt. Super entzückend, aber ich hab dann irgendwann meine Konversation geendet mit I would just love to chill with you one day. Und ich weiß nicht, ob das nicht in Amerika heißt You wanna, I wanna shag her. Ish. Keine Ahnung. Das müsste die Ami beantworten. Ich glaube, Netflix und chill ist dann eindeutiger, aber chilling with my homies oder so sagt man das nicht auch. I don't know. I'm probably, probably embarrassing myself. I don't know. I don't know. Aber ich hatte keine Worcester. Ja, das ist vielleicht auch irgendwie blöd. Ich hab die halt meistens auch in einem Kontext getroffen, wo ich in irgendeiner Art und Weise sehr präsent war. Somit war da, ja, war nie irgendwie eine Routeness oder. Nee, Routeness hab ich wirklich auch nur bei Violet gehabt. Und Shangela war so ein bisschen bossy das letzte Mal. Aber ich mein Gott, wir waren in ihrem Dressing Room. Das war nach ihrer 380-Tage-Tournee, wo sie halt irgendwie so viele Städte auf einmal gemacht hat in Folge. Und wir hingen da in ihrem Dressing Room rum und haben geraucht. Und das fand sie natürlich nicht gut. Ja, das verstehe ich. Und dann war sie halt so ein bisschen so, hey, das könnt ihr drin nicht machen und so. Ja. Und das war aber, also sie war professional, aber halt bestimmt. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist auch völlig in Ordnung im Nachhinein. Na voll. Ich will auch keine zugegucksten, besoffenen Idioten in meinem Backstage haben, die da die Bude voll qualmen. Da würde ich auch sauer werden. Ja, vor allem, wenn ich die dann nicht kenne. Ja, voll. Voll. Da würde ich ausrasten. Voll. Also André würde ausrasten. Ich würde ihm sagen, dass er bitte ausrasten soll. Why? Ach so, für dich. Yes. Ich habe schon wieder an den Malis Arsch gedacht. Ah, so. Jetzt hat er sich da so öffentlich, gell? Jetzt hat er sich öffentlich da so geäußert dazu. Müssen wir jetzt eine Gegendarstellung machen? Oder wie läuft das jetzt? Nee, ich muss das machen wie er. Ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe dann einfach passiv-aggressiv, wie er ist, auf seinen, in der Story so ganz, ganz klein, in Minischrift unten nochmal einen Hinweis, einen Vermerk gemacht. Weil er denkt ja, das ist dann geheim, wenn er das da hin postet. Das liest dann keiner. Ist ja ganz klug. Ja. So habe ich das auch gemacht. Und er hatte damit quasi den Federhandschuh angenommen. Aber ich glaube, entweder hat er es nicht gelesen oder er fand es lustig. Aber ja. Ich würde jetzt gerne reagieren, aber ... It's too late. Probably. Der Zug ist abgefahren. Ich fand übrigens auch sehr schön, dass du die Pause auch musikalisch untermalt hast. Das ist nicht oft doof. Ich freue mich ja, dass du die Folge nochmal anhörst, bevor sie online geht oder als sie dann online war. Das freut mich. Na, ich war versucht, in deine Fußstafeln zu treten. Das geht natürlich nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich mache. Und dann habe ich, glaube ich, nichts gemacht, oder? Na doch, ein bisschen. Du hast nur gesagt, so von wegen ... Ach so. Du machst, aber das machst du sicher nicht. Naja, vielleicht doch. Aber das war auch echt so eine absurde Folge im Sinne von schön. Weil wir, also wir sind halt echt dämlich, ne? Es ist saulustig, wenn wir so doof sind einfach. Ja. Wir haben ja echt die erste Zeit nicht einmal über Drag Race gesprochen. Ne, die letzten beiden Folgen. Ich glaube, die erste Viertelstunde ist immer so dödelrum. Wir kommen mal rein. Wir kommen mal rein. Du, aber ich glaube auch, dass die Leute das mittlerweile fast mehr mögen, als wenn wir uns durch die Folge hangeln. Was ja auch eine Perspektive ist für eine spätere Fortsetzung. Wenn die Nummer hier vorbei ist, dass wir uns eventuell von Drag Race lösen. Ich habe schon ganz viele Kommentare gelesen und private Nachrichten dazu bekommen. Wir sind da noch nicht so weit. Wir wissen es noch nicht. Also ich finde, was wir auf jeden Fall tun sollten, ist, dass wir mal eine Pause machen. Ja. To reconsider. Ja. Deliberate and then execute. Yes. Everyone. The execution starts now. Ja. Ähm, genau. Ne, weil tatsächlich, also losgelöst von Drag Race, wir haben einfach sehr viel Spaß hier zusammen und das macht wahnsinnig, ne, wir haben eine superschöne Zeit, aber wir müssen halt irgendwie das so produzieren, dass es Sinn macht auch für uns, zeitlich und inhaltlich und massetechnisch und so. Wir wissen es nicht. Naja, gut. Wir haben alles was damals jetzt. Na, wir sagen jetzt tschüss und verabschieden uns und sagen, es ist, ne, freut euch aufs Finale. Ja, freut sich aufs Finale. Wir sehen rasend aus. Die Mädels werden alles geben. Es wird hoffentlich noch ein bisschen Beef geben, weil, also wir wollen ja nicht, dass die sich auseinandernehmen. Das haben sie ja die ganze Zeit schon, die sollen sich nicht bashen, aber es gibt halt so viele Vorwürfe, die im Raum stehen, die möchte ich gerne mal adressiert sehen. Ich finde auch, ja. Elliot wird vorgeworfen, wahnsinnig rassistisch gewesen zu sein und wenn das so war, ich will da einfach ein Statement zu hören, dass die Alte sich mal erklären kann, weil das macht sie bis jetzt nicht. Und ich, sie sagt immer nur, die sind alle so gemein zu mir und das ist halt irgendwie kind of deflection I don't like. So speak up. Du bist doch eine Hexe, bist du. So. So. Das war unsere antifremaktische Kack-Folge zu dem Kack-Dreck von Kackhausen. Ich bin sauer. Weißt du, wann ich heute aufgestanden bin? Ich bin heute um sieben aufgestanden. Ich musste zwei Filme gucken und dann die Drag Race Folge nochmal schauen. Nur, ja, wir machen, mir ist nämlich eingefallen, ich bin auch so eine dumme Kuh, To Old to Young, wir haben keine Oscar-Folge vorbereitet und die Oscars sind ja jetzt. I appreciate the work you put into it. Oh, bingo. Appreciate. Ja. So. An dieser Stelle. Ja. Dank, also ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bedanken für euch alle da draußen, die uns hier den Fahnenmast haltet, die Stange haltet. Und die uns auch sowas durchgehen lassen, jetzt hoffe ich, diese Folge, weil… Ja, Entschuldigung. Servus, nothing, sehr. Und, ne? Ich überlege euch, die ganze Zeit könnten wir irgendwas besprechen. Promis und der Palme besprechen wir nicht, oder? Oh. Ich fand, das, was du gesagt hast, war einfach auch so treffend. Es ist halt ein Geben und ein Nehmen, oder? Und, und… Also ein Geben und ein Nehmen im Sinn von… Das ist halt Trash-TV und die wissen, die Fernsehsender wissen genau, was sie tun. Sie wissen genau, was passieren wird, wenn du gewissen… Wenn du einfach Menschen Alkohol gibst, das hat schon immer funktioniert. Wenig Schlaf, Alkohol, das ist die beste Kombi. Und dann, ähm… Ich bin einfach voll bei dir, wie du, wie du meintest. Es ist eh nett, wenn Sat.1 dann irgendwie eine Distanzierung postet oder irgendwie sagt, wir distanzieren uns davon. Aber ihr hättet auch die Wahl gehabt, das Ganze rauszuschneiden. Mir geht's gar nicht ums ganz rausschneiden. Mir geht's darum, dass sie nicht so tun sollen, als wäre das nicht genau das, worauf sie es anlegen. Weil das ist genau das, womit sie Geld verdienen. Das ist das, womit sie Quote machen. Das ist das Konzept dieser Show. Es ist totale Eskalation von moralisch grenzwertigen Menschen. Punkt. Deswegen ist dieser Prinz Pisser da eingeladen worden. Deswegen ist der da. Aus keinem anderen Grund. Und es ist ja auch nicht so, als wäre es das erste Jahr so gewesen. Letztes Jahr, das organisierte Mobbing gegen Claudia Obert, von der man halten kann, was man will. Aber wie sich da die Nick und Manjapaner und was weiß ich wer und Jotta zusammengeschlossen haben, um diese Frau in Grund und Boden zu mobben. Die Nick ist körperlich übergriffig geworden und stellt sich dieses Jahr aber hin und tut so, als wäre das irgendwie, ach um Gottes willen, dass das dieses Jahr so eskaliert ist, findet sie ja auch ganz schlimm. Halte ich gar nichts von. Also diese Sendung ist auf Skandal gebürstet, von vorne bis hinten. Und alle, die teilnehmen, wissen das, glaube ich, auch von Nick weiß das. Ja, da können sie jetzt Entschuldigungsschreiben schreiben, was sie wollen, oder Statements. Ich finde halt, dass wir, also bei uns läuft das ja nicht wie in Amerika. In Amerika hast du, oder es läuft ähnlich wie in Amerika, es heißt nur anders. In Amerika hast du Nielsen-Families. Nielsen-Families werden mit einem Gerät ausgestattet, das die, das, was du schaust, aufzeichnet. Und die werden so und so verteilt übers Land, um einen Querschnitt zu bilden. Dadurch wird Quote bestimmt. Quote wird ja nicht dadurch bestimmt, dass sie tatsächlich aufzeichnen, wer was guckt. Es gibt halt nur diese Nielsen-Families und darauf wird das aufgebaut und hochgerechnet. Und das ist bei uns ähnlich, bei uns heißt das nur anders. Also so wahnsinnig viel Sinn macht das nicht, dann selber das einfach nicht mehr zu gucken. Die Frage ist halt, ich würde gerne zu einem Punkt kommen, wo die Diskussion dahin geht, dass man Sat.1 den Trumpf aus der Hand nimmt, behaupten zu können, ach, das ist jetzt aber wahnsinnig unangenehm und so und für sowas gibt es bei uns keinen Raum. Weil wenn alle öffentlich darüber sprechen, wenn das Common Knowledge ist, dass diese Sendungen nur zu diesem einen Speck produziert werden und der Rest Collateral Damage ist, das ist halt irgendwie Begleitschaden, dann können die sich da moralisch nicht mehr rausreden. Das ist so meins. Macht das Sinn, wenn ich das sage? Ist das verständlich? Absolut. Du, ich hatte vor ein paar Tagen die Diskussion und ich, das heißt Diskussion, es war keine, es war nicht eine Partei gegen die andere, aber es war doch eine Auseinandersetzung, wo ich gesagt habe, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man, ich weiß, es ist kontroversiell, fest davon überzeugt bin, dass wenn man den Menschen etwas vorsetzt, dass sie das dann glauben. Würde man Boulevardmedien, würde man Fernsehen mit gewissen Vorgaben arbeiten, schicken, dann weiß ich, würde sich die Gesellschaft ändern. Wenn du allen sagst, wieso funktioniert das, dass ich sage, dieses Jahr ist einfach… Mode, ne? Mode. Genau, Mode. Ist eine Hotpant und alle tragen die Hotpant. Wenn ich allen Menschen sagen würde, Rassismus geht gar nicht und wir setzen Menschen hin, die Expertinnen sind in den Feldern, Meinungsbilden sind und es sind Medien einfach, dann würde sich was ändern. Ja, also deswegen ist es ja auch so scheinheilig, wenn die BILD sich jetzt entstellt und sagt, um Gottes Willen, sowas Menschen verachten, das kann man doch nicht senden und man denkt sich so… Die BILD have several seats. Have several seats at the back. Ich meine, das sieht man ja auch, wenn es um die… Es werden Menschen erschossen am laufenden Band gerade in Amerika wieder, all people of color und die Darstellung in den Medien ist einfach immer the same shit. Das sind immer die Bösen, die haben immer ein Drugproblem gehabt vorher oder haben das, das und das und dann gibt es einen weißen Jungen, der 15 Leute niederschießt und dann in den Medien als, ja, der Arme und der hatte halt das erlebt und hat das erlebt und deswegen ist das und die denken, weil da haben sich ihr ins Hirn geschießen. Und das ist halt die Realität. Einer der Filme, die ich heute früh geschaut habe, ist Promising Young Woman, hast du den schon gesehen, von dem gehört? Ist jetzt für fünf Oscars nominiert. Geht, also Promising Young Woman, der Name bezieht sich auf eine Formulierung, die sie in diesem Brock-Turner-Fall benutzt haben. Brock-Turner war 2015, war dieser College Student in, ich glaube, Cambridge, der dabei ertappt worden ist, wie er ein bewusstloses Mädchen vergewaltigt hat hinter einem Dumpster und der hat dann sechs Monate bekommen, ist nach dreien rausgekommen und Begründung war unter anderem, dass er ja such a promising young man ist und man könne doch jetzt nicht so einen kleinen Fehltritt als Anlass dazu nehmen, ihm seine ganze glorreiche Karriere, die zweifelsohne vor ihm liegt, zu versauen. Und das ist halt genau diese Diskussion und man redet dann über die Frau, man redet darüber, hat die Frau getrunken, warum hatte die nicht ein Drug-Problem, warum war die so betrunken und was sagt das über sie aus, dass sie überhaupt mit ihr mitgegangen ist und so. Also es wird die Schuld wegdividiert vom Täter hin zum Opfer, weil der weiße Junge kann es ja nicht sein. Und da sehen wir, wie powerful Medien sind, weil sie drehen es ja zu ihren Gunsten. Das passiert ja die ganze Zeit. Sowieso. Das passiert ja die ganze Zeit. Und darum weiß ich, dass auch das Gegenteil funktionieren würde. Würde man den Menschen was Positives vorsetzen, würde sich unsere Gesellschaft ändern. Also ich komme immer wieder leider bei diesen Diskussionen zum Schluss, dass das Konzept Menschheit wird nicht funktionieren. Also ich wünsche mir natürlich, dass es funktioniert und ich glaube fest daran, dass wir alle, wie wir hier sind, die kurze Zeit, die wir hier verbringen, wirklich auch etwas bewegen können und den Generationen nach uns Werte vermitteln können, die eine Inklusion darstellen und vielleicht irgendwann dann doch einmal die Miss Universe-Fantasie des Weltfriedens entsteht. Das würde ich mir wünschen und dafür bin ich hier und das möchte ich auch nicht aufgeben. Zugleich denke ich mir, meine Lösung ist ein Komet. Und Schicht im Schacht einfach. Genau, genau, genau. Und falls irgendjemand von euch auf eurer Amazon-Wishlist ein Kometen hat, schickt es mir den Link. Ich bestöre ihn. Baby, die Konzeption bestellt den Kometen. Baby. Baby. Wenn ihr einen Kontakt habt zu einem Kometen-Lieferanten, dann könnt ihr ihn bitte schicken an Bartschattenpodcast at gmail.com. Ist das nicht die beste Überleitung der Welt? Danke. I love you. I love you. Könnt ihr den schicken an Bartschattenpodcast at gmail.com. Und ihr, ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr könnt uns Fünf-Sterne-Bewertungen geben bei Apple Podcast, uns allen euren Freunden empfehlen, uns bei Instagram folgen und einfach nächste Woche einschalten. Und dann vor allem bei YouTube, weil dann gibt es nämlich die Concitra und mich live und in Farbe und bunt. mit Haaren. Sehr bunt. Und Nägel. Yes. Geil. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Das war schon wieder die Amy. Ja, aber die war bei mir. Es ist okay. Wir haben darüber gesprochen. She's fine with it. Is it fine with it? So, she's happening now too. Well. Sure. Goodbye. 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 Vielen Dank.